Hi, hier ist Norman. Mein Video über Sauerstoff wurde gelöscht. Wer trotzdem noch meine Tipps aus eigener Erfahrung für mehr Sauerstoff, saubere Atemluft und freie Atemwege sehen will, kann das Video von meiner Webseite herunterladen. Keine Atemprobleme mehr zu ertragen, war meine Hauptmotivation für meine Ernährungsumstellung auf reine Rohkost aus, hauptsächlich Sprossen. Außerdem habe ich mit unterschiedlichen Masken im medizinischen, technischen und militärischen Bereich gearbeitet und auch eine Regelung für eine schonendere Beatmung eines Beatmungsgeräts entwickelt. Nur die eigene Erfahrung ist wahr. Die Medienmafia deckt die Pharma-Mafia mit den Mitteln der Finanzmafia. Das auf Konkurrenz und Ausbeutung aufgebaute Finanzsystem mit Zinsen und Schuldgeld ist mittlerweile ein reines Finanzcasino, wo am meisten mit Spekulationen verdient wird. Die Pharma-Lobby verdient auch am meisten an chronisch Erkrankten. Zellbestandteile, die jeder in sich trägt, werden als Krankheitsursache verkauft, um von den wirklichen Ursachen eines ungesunden Lebensstils abzulenken. Somit können noch mehr Püllen und Spritzen verkauft werden, die höchstens die Symptome verschleiern. Die ununterbrochene Angst und Panikmache der gekauften Einheitsmedien hebelt das Hinterfragen aus. Nur ein untergehendes System hat solche Zensurmaßnahmen nötig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017